In diesem Video geht unser Ausflug nach Stolberg am Rhein. Unser Spaziergang geht durch die schöne Stolberger Altstadt bis hin zur Burg. Am Ende des Videos erwartet euch zusätzlich eine tolle Diashow. Der Name der Stadt stammt von der in der Stolberger Altstadt gelegenen Burg Stolberg. Die Stolberger Altstadt mit den historischen Bruchsteinhäusern und dem mittelalterlichen Ambiente ist einer der historischen Ortskerne von Nordrhein-Westfalen. In der Kletterstraße steht Oberstolbergs das älteste Haus aus dem Jahre 1529. Es ist ein kleines Fachwerkhaus. Die ältesten Straßen und Gassen befinden sich in der Nähe der Burg. Viele Events, die schöne Lage, gute Restaurants und Bars machen einen Besuch der malischen Altstadt zu einem ganz besonderen Erlebnis. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier kann man versucht, den entreprisesen Teich hat eine gute�lar gegründet. Die Burg Stolberg befindet sich auf einem steilen Kalkfelsen inmitten der Stolberger Altstadt. Die große Burganlage mit den Burghöfen ist das Wahrzeichen der Stadt. Im 12. Jahrhundert wurde die Burg Stolberg von den Herren von Stahlburg erbaut. Seit 1983 befindet sich das Heimat- und Handwerksmuseum in der Burg im Torburgen. Außerdem wird die Burg heute für kulturelle Veranstaltungen genutzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da oder teile dieses Video mit deinen Freunden. Bis zum nächsten Mal.